Herzlich willkommen zu unserem Pionierlabor 2022. Was ist Pionierlabor? Wir sind vor einigen Jahren zu dem Punkt gekommen, was machen eigentlich unsere Teilnehmenden draußen so. Natürlich erleben wir das ständig in den Seminaren, da wird ja ganz viel Praxis auch mit eingebracht und daran gearbeitet. Und dann ist aber so, ja, was machen sie dann danach noch? Und dann haben wir gedacht, das ist doch eigentlich eine schöne Idee. Die Dinge, die ihr draußen macht, wo ihr auch Pionierarbeit leistet, so ist dieser Begriff entstanden, dieser Titel, diese Projekte, diese Vorhaben auf die Bühne zu holen und ein Forum zu gestalten von Praktikern für Praktiker. Das ist das Pionierlabor. Und da haben wir einige zahlreiche Projekte dabei, in ganz unterschiedlicher Couleur, die wir uns angucken werden und die wir immer dafür nutzen wollen, mit euch gemeinsam daran weiterzudenken, weiterzulernen, weiterzuentwickeln. Das ist die Idee. Also Praxisforum fürs gemeinsame Weiterdenken und fürs gemeinsame Weiterentwickeln. ist das Pionierlabor.